Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Sajam Vogt und dies sind die Themen für Samstag, den 5. Januar. Hacker haben sensible Daten von Politikern, Journalisten und Musikern gehackt und im Internet veröffentlicht. Betroffen davon sind auch die heimischen Bundestagsabgeordneten. Die IT-Experten Frederik und Alexander Eggers geben Tipps, wie sich private Nutzer und Firmen schützen können. Ein erheblicher Wasserschaden in der Grundschule am Bach im Nienburger Ortsteil Erichshagen schränkt den Schulstart nach den Weihnachtsferien am Montag ein. Wie die Stadt Nienburg mitteilte, können der Verwaltungstrakt sowie die darüber liegenden Klassen- und Fachunterrichtsräume bis auf weiteres nicht mehr genutzt werden. Aufgrund der nicht unerheblichen Schäden werden über einen Zeitraum von mehreren Monaten Einschränkungen im Mensa- und Ganztagsbereich nicht zu vermeiden sein. Clara Bruns ist Nienburgs Neujahrsbaby. Das erste Neugeborene im Nienburger Krankenhaus 2019 erblickte allerdings erst am 3. Januar das Licht der Welt. 2018 kamen 555 Babys im Nienburger Krankenhaus zur Welt. Wer Herbert Herrmann und Nora von Colande in einer der beiden Vorstellungen der Komödie »Als ob es regnen würde« im Nienburger Theater erleben möchte, muss sich beeilen. Es gibt nur noch wenige Restkarten. Für die Musical Star Nights, die am 19. Januar zu hören sind, hat man nur noch die Chance auf zurückgegebene Karten. Zum Sport Lotta Cordes ist weiterhin sportlich gut unterwegs. Die 17-Jährige aus Maglohe spielt bereits ihr zweites Jahr in der Zweitvertretung des VfL Wolfsburg. Trotz einer Knieverletzung in der Sommervorbereitung kommt Lotta bereits auf sieben Zweitligeeinsätze. Das Team ist aktuell Spitzenreiter. Jahresrückblick 2 Erleichtathletik-Talente. Während die 17-jährige Xenia Krebs ein sehr erfolgreiches Jahr 2018 hinter sich hat, blickt Alissa Lange auf zwölf leidgeplagte Monate zurück und sucht nun wieder den Anschluss. Diese und viele weitere Themen lest ihr der Hake am Samstag oder unter www.diehake.de. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.